und jetzt aber jange lesen kann er kontern hat der mann einen arm zu und er konnte über 90 meter also zwei jetzt über die 90 und um eine bronze medalle zu gewinnen muss man im augenblick schon weiter werfen als 88 meter 39 die der grieche eben geschafft hat er müsste noch weiter sein ist er auch als der von parvi einen 92 meter 80 weltjahresbestleistung und natürlich champions so so Bis zum nächsten Mal.